Hallo. Hallo. Wie geht's? Es geht mir gut, danke. Sehr gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße David. Und wie alt bist du, David? Ich bin elf Jahre alt. Okay, woher kommst du? Ich komme aus Rumänien. Gut, hast du Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Hast du Hobbys? Ja, mein Hobby ist schwimmen. Sehr gut, sag mir bitte, wo ist der Zwerg? Der Zwerg ist neben dem Schlagzeug. Okay, wo ist der Zwerg? Der Zwerg ist unter dem Tisch. Okay, wo ist der Zwerg? Der Zwerg ist zwischen den Blumen. Okay, wo ist der Zwerg? Der Zwerg ist über dem Ball. Sehr gut, wo ist der Zwerg? Der Zwerg ist neben dem Stuhl. Okay, wo ist der Zwerg? Der Zwerg ist auf dem Schlagzeug. Schlagzeug. Okay, wo ist der Zwerg? Der Zwerg ist vor dem Ball. Sehr gut, wo ist der Zwerg? Der Zwerg ist in dem Kasten. Sehr gut, und wo ist der Zwerg? Der Zwerg ist hinter dem Ball. Sehr gut, bravo, das ist alles. Tschüss. 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 Tschüss.